Servus Leute, zurück zu Let's Play Magica 2 mit dem superbombastischen Liffern, der mit Steinen spielt. Der Pulitzer, der hier am Lodern ist, vor Spannung, was uns erwartet. Auf, let's go. Wir sind hier in Not-Teleport. Also wir haben jetzt rausgefunden übrigens, für alle, die zuschauen, wie man diese Schnellleiste unten wechseln kann. Und zwar, indem man einen Rechtsklick drauf macht und dann einfach das andere ausfällt. Das ist dann hier so, kann man erst dann so ausfällen. Aber ich bleib beim Stoß. Ich bleib mal bei dem Not-Teleport, weil ich ja eh so oft immer verwecke. Mit Stoß kann man aber viel mehr lustigen Blödsinn machen. Das ist richtig. Und darauf kommt's an. Aber ich bin ja immer so Nahkämpfer. Außerdem ist es nützlich, wenn so Schluchten sind und hier in der Höhle sind lauter Schluchten. Oh, Achtung, da kommt was Großes. Hört sich sehr groß an. Ach was, das tut nur so. Das kommt schon gleich hier irgendwie von hinten aus dem Wasserfall. Ähm, es wackelt alles. Ach man. Krabben kommt, ey. Gegrillte Krabben. Feuer ist echt gut gegen die. Ja. Die Eiskrabben, die sind garstig. Die tun weh. Ja, auf jeden Fall. Die hab ich fast getötet. Ach guck mal, das, diese kleine Krabbe hier rechts unten neben dem Tor, die macht dieses Rabatz. Oh mein Gott. Oh oh. Ach jetzt, der ist die große. Nass machen, nass machen. Wie die Höhlenmalerei das gesagt hat. Aua. Wo bin ich? Ich bin nicht tot, aber ich bin irgendwie weg. Aber doch. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Die hat mich gefressen, glaub ich. Ah, ich bin nicht gefroren. Da hätt ich mir ganz lustig gesehen, dass ein anderer Bürger da war. Nein. Hups. Nicht auf mich. Da kommt eine zweite. Ach du Scheiße. Shit. Ich bin down. Gut gemacht, Krabben. Egal, ich leb euch. Lug teleport. Toll, ich will dich nicht nach dir teleportieren. Nein, sie frisst mich schnell. Klicken, klicken, klicken. Die hat mich runtergeworfen. Scheiße. Ja. Und da kommt unsere Fee. Spendu. Nein, war ich mich. Leute. Das wird ein Gemetzel, ey. Nein. Nein, die hat ihn runtergeworfen. Oh nein. Scherlache. Oh. Wer wollte nochmal auf Bananen spielen? Ich. Noch einmal. Oh, was ist das denn? Blitz, Blitz, Schild. Viermal Blitz und Schild. Ich suche jetzt mal aus. Und dann? Da kann man wahrscheinlich irgendwie nicht. Das ist Blitz, Blitz, Schild. Oh ja, das könnten wir eigentlich machen. Das haben die eben in dieser Vorschau gezeigt. In einem Ladebildschirm. Ich glaube, das ist ein ganz normales Schild. Oh doch, das macht Schaden. Das macht Schaden. Deswegen ist das gut. Weil das können wir dann überall auf dem Feld hin machen. Die Krabben sind doch schlecht gegen Blitz, oder? Ja. Ja, dann können wir uns direkt schon mal dann vor diesen Wasserfall stellen. Können das ja schon mal casten. Ah, scheiße, jetzt habe ich wieder den Soundbug jetzt zuerst gemacht. Ja, ich habe den auch. Boah, das geht richtig gut gegen die. Ich bleibe mal hier vorne stehen und caste das mal, wenn die kommen. Wie macht das Blitz und Schild? Schild, Blitz, 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 so viel Blitz wie geht. Blitz, 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 oh ja, das geht echt gut. Wie lange bleibt das? Lange. Ich bin tot. Hm? Böke? Scheiße. Blitz, 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 ich komme doch rein. Nein, du hast mit Heilung gemacht. Ich habe mit Heilung gemacht, das wollte ich nicht. Wir heilen dich auch. Die geht auf mich. Not-Teleport. Blitz, Blitz, Blitz. Ich kann nicht Not-Teleport machen, ich bin tot. Blitz, Blitz, Blitz. Da bin ich nicht tot. Ich bin frei. Ich habe mich eingesperrt. Ich war jetzt mal eben... Tschüss. Oh mein Gott, ich habe mich selbst getötet. Ich war nass. Ich wieder überlebt. Schild, Blitz, Blitz. Komm her, Krabbe. Da kommt die zweite. Ja, das geht aber voll gut gegen die Viecher. Mach ich mal wie ein Stein... Ein Steinschild oder sowas. Das erste ist fast down. Oh, oh. Ich bin tot. Okay. Dankeschön. Oh mein Gott, ich bin gefroren. Dankeschön, besser als deinem letzten Mal. Ja, wir müssen... Oh, da kommt noch eine. Oh, die kam mir. Stein und Akan und dann... Nicht jetzt. Das macht so ein... So nach vorne AOE. Ja, das ist natürlich auch eine ganz gute Idee. Ja, das könnte man mal wieder machen. Bin tot. Oh shit. Ich bin eingefroren. Alter, sind das viele. Ich komm dann immer raus. Ah shit. Ich kann nicht... Ich kann noch nicht. Überleben. Scheiße, ich drück die ganze Zeit die falschen Tasten. Ich auch. Ich auch. Ich bin tot. Da bin ich wieder. Boah, die Krabben. Da kommt bestimmt gleich noch eine nächste. Shit, ich bin down. Meint ihr, dass das... Ui, 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 ich bin tot. Komm schon. Mach nicht. Ja, aber ich komm nicht mehr weg. Scheiße. Meint ihr nicht, vielleicht... Ist das ein Falsch? Ja, ja, jetzt. Drück, drück Stein. Okay. Fuck. Meint ihr, dass das die richtige Idee ist und wir nicht unten gucken müssen, dass wir dieses Tor durchkommen oder sowas? Wahrscheinlich. Wir müssen wahrscheinlich diese kleine Krabbe, die da den Rabatz macht, irgendwie killen. Meint ihr? Wir können ja mal versuchen, das Tor irgendwie kaputt zu machen. Da kommen ja immer die gleichen großen Krabben an. Ach, ich weiß, wie es geht, Leute. Wir sind so dumm. Wir sind so dumm. Wir müssen die Mühle antreiben. Mit Wasser? Mit Wasser. Stimmt, lol. Mach das mal. Ja, dann halt mir mal ab und du machst das mal, genau. Boah, das geht aber ultimativ langsam. Oh mein Gott, die kommen. Äh, da. Okay. Ich bin tot. Ich bin gefroren. Oh, verdammt. Redzen, Redzen. Geht doch nicht. Oh nein, das Tor geht sogar wieder hoch. Ich bin gefroren. Boah, wie gemein ist das denn. Sonst lass uns doch, lass uns doch so Barrieren dahin machen und keine Blitzer, dass die da nicht durch können. Ja. Diese blöden Eiskrappball oben. Oder vielleicht kann man den Wasserfall auch irgendwie umlenken, auf die Mühle drauf. Nee, wir müssen uns um Pulitzer oder um jemanden rumstellen. Ah, was haben wir verlassen gedrückt, ich Idiot. Ich bin, du musst mich eben kurz einladen. War richtig. Ist das einfach so? Ja. Einfach auf Escape drücken. Ah ja, ja, ja. Hab's, 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 hab's. Warte mal, Stein und, äh, na, Blitz. Stein und Blitz geht nicht. Ja. Ihr könnt ja mal versuchen, also ihr macht... Hast du die Einladung bekommen? Ja, ja, ich join grad nach. Stein, Blitz, äh, ist die Folge jetzt im Arsch, oder wie meint ihr das? Nö. Okay, gut. Ich würd sagen, äh, Stein, Blitz, äh, Schild, Stein und Feuer. Oder nur Feuer. Feuer ist ziemlich stark gegen die. Ja, aber die sollen nicht durchkommen, die sollen nicht, die sollen nicht durchlaufen können. Ah, jetzt kann ich euch nur zugucken, oder was? Ne, warte mal, wird wiederbelebt werden. Ja. Ah, okay. Guck mal hier. Das war mir nicht angezeigt. Leute, macht einfach wirklich eine ganz normale Steinmauer, weil die halten ewig. Warte mal, nur Stein? Wenn sie nicht kaputt gemacht werden. Oh, ne, wie macht man eine Steinmauer? Mit Schild oder was? Äh, mit Schild und Steinen. Schild und Stein. Und ich geh mich jetzt direkt darum kümmern. Aber man kann auch bestimmt das Wasser da umleiten. Ne, da ist das Ding kaputt. Ja, vielleicht kann man es ja reparieren. Ja, genau, Gucci, so, mach so, mach so weiter. Guck mal, wenn ich auch noch was habe mit... Oh, oh. Ne, Führer muss draußen bleiben. Ja, ich muss da ja draußen bleiben. Oh, shit. Die kommen jetzt alle rum. Die machen die auch kaputt, die greifen das auch an. Pass auf. Rück mal 1,5,4. Du bist am Leben. Oh, lol. Guck mal dort. Das hab ich gar nicht gesehen. Sehr gut. Oh, das Tor ist fast unten. Ja, das ist ja die Sache. Vielleicht wird man einfach zu dritt versuchen. Ich, ich lenke die ab. Ich versuch die mal abzulenken. Renn da rein und mach so Selbstmordling. Es geht nicht weiter. Sicher? Doch, es muss weitergehen. Vielleicht müssen wir da zu zweit den Strahl drauf machen. Oh, shit. Ich renne mal hin und mach den Strahl. Das bringt sowas von. Es sind schon wieder viel zu viele. Also, die brennen zumindest alle tot. Die meisten. Du hättest mich eben beinahe getötet. Ne, du hast mich getötet. Nein, ich bin schon wieder da. Boah, ist das schwierig, ey. Das ist echt heftig. Und ich bin schon wieder als letztes gestorben. Das heißt, da bin ich wieder. Und wieder gefroren. Mach Blitz. Boah. Boah. Einfach tot. Na gut. Dann lass mal probieren, dass wir uns alle zusammen... Da hinstellen mit Wasser drauf. Ja. Bleib zu dritt. Okay, warte. Ich rüste schon mal Wasser aus. Oder ich mach mir mal ein Schild noch. Ich mach mir kein Schild, weil wir schneller dann dort sind. Wobei. Speed. Und drauf. Jetzt warte noch mal eben. Na egal. Scheiße. Wir müssen uns nebeneinander stellen. Okay, ich kümmere mich mal um die. Okay, ich bleib mal weiter drauf. Ich krieg schon Schaden. Die gehen schon auf mich drauf. Ich bin gleich tot. Scheiße, ich bin tot. Boogie. Wie lang ist denn das? Drücke, drücke. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Das geht. Genau, weiter, weiter, weiter. Das ist ja noch mit Blitz bei den Kleinen gebrochen. Toll. 4. Blitz ist, glaube ich, ziemlich gut bei den Kleinen. Das ist ja mega. Fluch, warum machen wir nicht die ganze Zeit Blitz? Vor allem, die haben alle nacken, weil ich einen Wasserfall kommen. Ach, du wirst du was? Nächste, nächste Taktik. Einer stellt sich vorne hin an den Wasserfall und blitzt die. Und die zwei versuchen, die zwei anderen versuchen, dann halt Wasser zu machen. Sollen wir lieber zwei Blitzen? Ja, oder zwei, genau. Zwei Blitzen voller Wasserfall. Das ging ja eben nicht schneller. Oh, oh. Nein. Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad eigentlich ausgewählt, Boogie? Normal. Normal. Ja, aber mit Blitzen schaut euch an, wie einfach es nicht Blitzen ist. Wir sollten einfach nur Blitzen. Ja, da muss man schon ein bisschen denken bei dem Spielen. Scheiße. Was ist denn, wir werden wieder da? Nein, ich bin schon gleich eingefroren, ey. Ja, das ist Mist mit diesen dummen Frostkrabben. Schön draufblitzen. Vier, 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 vier. Ich klicke, ich klicke, ich klicke, ich bin tot. Nee, okay. Blitze. Zwei Blitzen und... Und aufblicken, dass ich kein Wasser... Wer macht Wasser, wer macht Wasser? Ich blitz. Okay, dann mach ich Wasser. Wunsch die nach oben blitzen. Die kommen aber auch von unten. Boah. Ne, die kommen nicht von unten. Doch, doch. Dann mach du unten, ich versuch zu blitzen. Ich versuch, dass wir... Die sind aber nicht nass, die von unten kommen. Ja, dann machst du irgendwas anderes. Aber wenn die Großen kommen, dann musst du mir unbedingt helfen. Ja. Weil die halten mehr... Die halten ja mehr aus. Okay. Das sieht doch schon mal besser aus. Es läuft. Da kommt die erste Große. Boah, ne, die packen wir nicht. Offen, 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 offen. Ja, nice. Ihr Narren. Und jetzt geht's wieder zu. Boah. Das war aber eine echt knifflige Stelle, ey. Da muss man schon mal überlegen. Cool. Boah, ich hab eben die ganze Zeit die falschen Tasten gedrückt. Ja. Halt ich aber auch. Dabei war die Lösung jetzt echt simpel. Ja. Ja, muss nur drauf kommen. Das ist aber in vielen Spielen so. Das ist wahr. Hallo. Ist hier mehr? Oh, ja. Oh, was ist denn? Oh, das Gift. Aua. Das Gift, oder? Nee, es ist hart. Da hilft die Steinrüstung nicht so viel. Das macht vor allem verdammt viel Schaden. Ich mache mir mal eine Lebensrüstung. Die bringt mir nichts. Ich hab gedacht, die wird mich heilen. Oh, ich hab mich grad selbst umgebracht. Ich hab mich auch selbst umgebracht, weil ich mich nicht heilen kann. 4, 4, 4, 4, 4, bitte. Ich hab schon gemacht. Ich kann doch nicht. Verdammt. Brennt im Höllnfeuer. Komm mal. Wow. Boah. Du hast voll den Chargerangriff auf, ne? Ah, ich bin gleich tot. Wiederbelebt. Okay, 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 okay. Alter, jetzt, jetzt drehen sie aber hier am Spielkreisgar jetzt gerade. 1,4 drücken. Oh, Mann, ich hab's, ja. Dankeschön. Shit, ich bin down. Alter, jetzt ist aber auch... Das geht richtig ab. Oh, Schocki. 4. Renn lieber, renn lieber, bevor du gefrostet wirst. 4, 4, 4, 4, 4. Ja. Weck her. Ne, die Sache ist, man kann irgendwo hinklicken und während man, dann rennt man da hin. Und während man da hinrennt, kann man sich halt noch irgendwie, irgendwie die Zauber wirken. Ja, stimmt. Der rennt automatisch weiter. Das ist mir eben aufgefallen. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Jetzt hab ich's beide gedrückt. Toll. Oh, ich bin tot. Toll, das kann ich nicht wiederbeleben. Boah, ich bin sowas von tot. Das geht wohl ab. Ich renn mal weg. Äh, mach mal dein Dreier-Skill. Mach Blitz. Oder sowas. Oh, ja, toll. Was Checkpoint war. Ernsthaft. Dann belebe ich mal lieber, schnell einen wieder. Müssen wir die hier überhaupt töten? Ähm, das ist ne gute Frage. Rennt mal beide nach oben. Ja, also, gesagt als getan. Ja, ich komm nicht weiter nach oben. Lauf, lauf, lauf. Dann werden wir wieder erlebt. Da geht nix. Da oben ist was an dem Abgrund. Irgendwie so ein Kernrohr oder sowas. Ja, ist das auch gut. Ich nehme euch alle mit. Das hat wohl nicht sogar funktioniert. Boah, ist das schwer geworden. Na ja, das werden wir aber dann in der nächsten Folge nochmal probieren, oder? Ja. 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 Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wir sind schon beim Checkpoint, also im nächsten Gebiet. Stimmt. Das ist neu. Ja. Ja, na ja. Ja, das ist souverän geschafft. Ist das schon? Stimmt, weil wir auferstanden sind. Richtig. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.